Ich bin Kai und arbeite im Alpinenmuseum. Ich durfte die Schilder der Klimaaktivisten aufhängen, den Kabel am Boden einfräsen, den Boden von Rot zu Gelb umgewandelt, den Kartonmöbel, die Schilder aufhängen und im Moment bin ich gerade dran, den Bäumer aufhängen. Oh, ja, das ist es. Ich bin Zivildienstleistender, Allrounder und helfe, die Ausstellungen aufzubauen. Mein Beruf ist Bauphysiker. Eines meiner zentralen Themengebiete ist das nachhaltige Bauen. Darum war es für mich besonders interessant, diese Ausstellung mithelfen aufzubauen. Das ist jetzt meine vierte Ausstellung, die ich helfen durfte, mithelfen aufzubauen. Ich finde das Konzept gut, ich finde die Ausstellungen spannend, ich kann es jedem weiterempfehlen, besonders an jüngeren Außenützern vorbeizuschauen. Wie funktioniert die Ausstellung der